Man müsste mit diesem schrecklichen Putin ja eigentlich streiten und verhandeln, wenn es wirklich um etwa die Dämpfung des Bürgerkriegs in der Ukraine ging. Es geht ja um die Verhältnisse in Syrien. Aber was wir jetzt haben, ist, Deutschland produziert militärisch und durch kapitalistische Aggressionen die Fluchtursachen, die dann dazu führen, dass das Mittelmeer ein Berg von Leichen ist. Ein Friedhof.